Singen ist das, was das Herz erfüllt. Für mich ist Singen eine Raum- und Zeitmaschine zugleich. Ich brauche einfach das Singen für Körper, Geist und Seele. Drei, zwei, eins, Action! Drei, zwei, eins, Action! Okay, rauf doch mal! Ich bin heute hier, weil für mich Singen ein Grundbedürfnis ist und weil wir alle viel mehr singen sollten. Ich bin heute hier, weil Singen unfassbar viel Spaß macht und das Chorleben und das Chor Singen vor allem in dieser Zeit wieder mehr in den Fokus gerückt werden muss. Ich singe im Chor, weil etwas fehlen würde, wenn ich alleine singen würde. Das Singen ist meine Herzensangelegenheit. Durch die Musik komme ich in ganz verschiedene Welten und besonders in der Corona-Zeit ist es so hilfreich, wenn man ein bisschen verreisen kann mit der Musik. Wir sind heute hier, da wir es besonders in der Corona-Zeit vermisst haben, mit anderen Leuten zusammen zu singen. Ich singe seit 60 Jahren im Chor, weil es wahnsinnig Spaß macht, immer wieder neue Leute kennenzulernen. So habe ich zum Beispiel auch meine Frau vor 60 Jahren kennengelernt. Ich bin heute hier, weil das Gemeinschaftsgefühl, das man beim Chorgesang bekommt, unersetzbar ist. Ich kann einfach nur sagen, singen macht gute Laune. Singen ist das, was das Herz erfüllt, was den Körper frei und frisch macht. Mehr wollen wir doch nicht in dieser Zeit. Deswegen raus in die Luft, ran an die Stimmbänder und lass die Stimmen erklingen. Super, weich!